Ich hätte nicht gedacht, dass das 3 Stimmen, die wir nicht mehr hören werden Video so abgeht. Aber gut, dann machen wir eben einen weiteren Teil dazu. Ich habe heute für euch 3 weitere Stimmen, welche wir nicht mehr hören werden und wir starten auch direkt mit der ersten Stimme. Und die erste Stimme, welche wir nie mehr hören werden, ist eine Stimme, die mich echt geschockt hat, als ich erfahren habe, dass der Sprecher und seine gesprochenen Charaktere nicht mehr existieren. Michael Rüth, auch besser bekannt als Winnie Pooh. Winnie Pooh habe ich damals rauf und runter geguckt. Poohbär hat mich seit meiner Kindheit begleitet und mir immer mit seiner fröhlichen und sympathischen Art ein Lächeln in mein Gesicht gezaubert. Seine Tollpaschigkeit und seine Liebe nach Honig hat mich auch immer unterhalten und durch ihn lernte ich auch Eigenschaften wie z.B. Hilfsbereitschaft, Loyalität oder auch Positivität kennen. Michael Rüth, welcher eigentlich Karl-Heinz Zopf heißt, hat aber auch anderen Cartoon-Charakteren seine Stimme verliehen. So z.B. auch Mr. Garrison aus South Park, Specky aus Toy Story, er war die 4. Stimme von Grandpa Simpson oder auch Barney Gamlay. Des Weiteren war er noch Spike, der Hund aus Tom & Larry und zudem könnte man ihn auch als Martin die Hausgans von Dietz Holgersohn kennen. Er spielte erstmals 1964 neben Jochen Kemmer, welcher By the Way Tiger sprach, und in der Regie von Ursula Sayung an dem Berliner Kammer spielen. 1968 spielte und sang er am Operettenhaus in Hamburg im Musical Anna Wettker und am Ende der 90er war er am alten Schauspielhaus in Stuttgart engagiert. Mit dem Synchronsprechen begann er aber bereits parallel neben dem Theater 1965 mit der Rolle von Spike aus Tom & Jerry. Dann kamen mit der Zeit immer weitere Rollen dazu, wie die von Grandpa Simpsons oder Barney, Mr. Garrison oder auch Specky aus Toy Story. Und so auch, wie bereits erwähnt, die des Winnie Poos, welcher seit 1999 als Nachfolger von Heinz Pahn synchronisierte. Michael Rüth hat es wirklich super gemacht. Er war ein sehr toller Synchronsprecher und vor allem für mich ein wirklich toller Winnie Pooh. Seine hohe Stimmfarbe verlieh dem Winnie Pooh diese kindliche Art, mit der sich viele identifizieren konnten. So auch ich. Und so synchronisierte er Winnie Pooh sowie andere seiner Rollen, wie beispielsweise Mr. Garrison, bis zum Jahr 2013, da er in diesem Jahr seine Tätigkeit als Synchronsprecher beendete. Verstorben ist er allerdings dann am 19. Januar diesen Jahres, ja, diesen Jahres, drei Monate vor seinem 86. Geburtstag. Einen Nachfolger für Winnie Pooh in der Serie gab es im Übrigen nicht, da die Serie, bevor Michael Rüth seine Synchronarbeiten beendete, fertiggestellt wurde. Es folgte nur zwei bis drei Jahre später eine Realverfilmung und das hier, was auch immer das hier sein soll. Wir machen nun weiter mit einer Stimme, die wir ebenfalls nicht mehr hören werden. Und hierbei handelt es sich um Hans Täuscher, welcher besser bekannt als die allererste Stimme des fliegenden Holländers aus Spongebobbe ist. Der fliegende Holländer war ein Charakter, den ich echt gefeiert habe. Zwar hatte ich als kleines Kind tatsächlich sehr große Angst von ihm, aber irgendwann fand ich ihn sehr lustig und vor allem unfassbar ergänzend zur Serie. Ganz besonders, wenn Spongebob, Patrick und die anderen mit ihm zu tun hatten. Das waren halt wirklich auch immer mitunter die besten Folgen, wenn wir mal ehrlich sind. Und ohne diese Figur wäre auch die Serie nicht das, was es war. Hans Täuscher sprach aber auch andere bekannte Rollen im Cartoon-Universum. Neben dem fliegenden Holländer sprach Hans Spongebob ebenfalls Painty, den Pirat. Nicht zu verwechseln mit Patchy, den Pirat. Painty, der Pirat, ist der, der am Anfang der Spongebob-Intros uns begrüßt und das Spongebob-Intro singt. Also ja, man kann sagen, der fliegende Holländer singt das Spongebob-Intro. Dazu kennt man die Stimme auch aus der Serie Die Dinos, wo er B.P. Richfield, also den Chef von Earth and Clare spricht, oder auch vor allem aus Avatar Der Herr der Elemente, denn da leitet er Iroh seine Stimme. Er wuchs damals in einer Schauspielfamilie auf. Seine Großeltern sowie Onkel und Großonkel waren alle ebenfalls Schauspieler, wodurch er erst mal anfängt Theater zu spielen. Er absolvierte seine Ausbildung an der Theaterhochschule in Leipzig und baute seine Karriere erst mal auf das Theaterspielen auf, wo er auch recht schnell zu einem der bekanntesten Fernseh- und Kinoschauspielern der DDR wurde. 1959 begann er mit dem Synchronsprechen und ab da war er nicht mehr wegzudenken. Die erste Cartoon-Sprechrolle, welche man kennt, war aus DuckTales. DuckTales gibt es ja auch schon seit 1978 und da sprach er als die zweite Stimme den Mac Money Sack. Dann fing er an, immer mehr Rollen zu übernehmen, wie eben bei den Dinos, den fliegenden Holländer von Spongebob oder auch bei Avatar. Hans Tolscher war ein klasse Synchronsprecher. Er war so vielseitig und man hat ihm die Leidenschaft zu seiner Arbeit zu 1000% gemerkt. Seine Rollen, die er sprach, haben mich alle unterhalten, vor allem der fliegende Holländer hat seine Spuren bei mir hinterlassen. Seine Stimme hatte eine immense Power dahinter, die einfach so gut gepasst hat. Er synchronisierte so lange, wie es ging seine Rollen. Viele Charaktere konnte er bis zum Schluss sprechen, viele andere aber leider nicht. Den fliegenden Holländer zum Beispiel hat er bis zum letzten Atemzug gesprochen, bis er dann letzten Endes am 31. Oktober 2015 im Alter von 78 Jahren an Krebs verstarb. Eine Nachfolge für den fliegenden Holländer wurde dann auch nach einiger Zeit gefunden und zwar sprach ab der 220. Folge bis jetzt Axel Luther den Holländer. Und Axel Luther ist by the way der Sprecher, der nun auch seit letztem Jahr ganz frisch Mr. Krabs spricht. So und dann kommen wir zum letzten Synchronsprecher in diesem Video. Eine weitere Stimme, die man kennt und die wir genauso leider nicht mehr hören werden, ist die Stimme von Thomas Fritsch, welchen man besser als unter anderem Diego von Ice Age kennt. Wir haben das Unwetter überstanden, die Flutwellen und ein Haufen fieser Meerestiere. Womit soll das Schicksal noch zuschli... Au! Hallo! Ah! Lieb's nochmal, ich will bennen! Oma? Du lebst! Und darf ich hinzufügen, dass wir uns ganz schrecklich freuen? Und Ice Age liebe ich ja auch über alles, ne? Ich hab mir bisher jeden Teil angeguckt und die ersten 3-4 Teile kenne ich auch auswendig. Und Diego gehörte auch immer dazu. Er war ein großer Teil von Ice Age und ein toller Teil dieser Ice Age Gruppe und ich liebe jeden auch davon. Diego war mit Sid mein Lieblingscharakter, vor allem weil auch die beiden eine, ich sag mal, interessante Beziehung zueinander pflegten, wo die beiden auch unterschiedlicher nicht sein können, aber das macht das Ganze ebenso besonders. Ich liebe wirklich jeden dieser Bande, aber Sid und Diego war so ein Du für sich. Mit der direkten, aber auch vorlauten Art von Diego und seiner Entwicklung während den einzelnen Ice Age teilen, hat Diego sehr viele Menschen, wie auch mich, in sein Herz geschlossen. Thomas Fritsch hat aber neben Diego auch viele andere Charaktere gesprochen. Vor allem kennt man ihn aber als Sprecher von den verschiedensten Tieren in der Zeichentrickwelt. Unter anderem war er Scar aus König der Löwen, Shilkan aus dem Dschungelbuch oder auch Teilungen aus Kung Fu Panda. Er hat also hauptsächlich, ich sag mal, Tiger-ähnliche Figuren gesprochen. Wobei, nein, er hat auch unter anderem Nils von Findit Nemo gesprochen. Und das war ein Pelikan. Aber ja, hauptsächlich kennt man ihn von diesen, ich sag mal, Tiger-Löwen-ähnlichen Figuren. Er wuchs in einer Familie auf, wo der Vater ein Filmstar und die Mutter Tänzerin als auch Schauspielerin war. Er studierte nach seiner Schulzeit daraufhin an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Und nachdem er von Gustav Gründens, einem Theater- und Filmschauspieler, sowie Sänger und Regisseur, den Rat bekam, seine Schauspielkarriere voranzutreiben, hatte er 1964 am Stadttheater Heidelberg in der Komödie Candida sein Bühnendebüt. Und während dieser Zeit wurde er auch von weiteren Menschen entdeckt, wo er bei vielen Filmen als Schauspieler agierte. Dann machte er eine Pause von 10 Jahren, kam wieder zurück und fing dann auch erstmal nur mit Nebenrollen an. Später kamen dann aber auch viele Hauptrollen hinzu. Währenddessen begann er dann auch mit Synchronarbeiten und das erstmal zu Filmen und Serien wie zum Beispiel die Nanny oder die Chroniken von Narnia und anschließend wirkte er bei vielen Zeichentrickfilmen mit. 1994 fing er mit den Zeichentrickfilmen auch an, wo er erstmals gar aus König der Löwen sprach. Und dann kamen die weiteren Rollen wie von Schirkan, Diego, Nils und Teilung hinzu. Und seit König der Löwen hatte man auch seine Stimme sehr stark im Kopf gehabt. Thomas Fritsch verbinde ich auch richtig krass in meiner Kindheit. Er hat so viele meiner Lieblingsfiguren gesprochen, weil all diesen Figuren ist er auch seit Anfang an dabei gewesen. Er war die allererste Stimme dieser vielen Figuren und deswegen auch ausschlaggebend für diese ganzen unvergesslichen Momente von Scar, Diego, Schirkan und so weiter und so fort. Insbesondere Scar und auch eben Diego haben mich sehr lange begleitet und mich mit ihren Filmen und deren Rollen komplett aus den Sonnen gehauen. Ganz besonders ist mir da, das ist kein Geheimnis jetzt, Diego im Gedächtnis geblieben. Durch diese vielen Ice Age Teile, die über Jahrzehnte kamen, hat er mich durch meine Kindheit und Jugendjahre am meisten begleitet. Seine Arbeit hat Thomas Fritsch wirklich klasse gemacht. 1999 wurde bei ihm aber dann ein Hirntumor diagnostiziert und 2019 erkrankte er an Demenz. Bis er dann leider letzten Endes am 21. April 2021 im Alter von 77 Jahren verstarb. Einen Nachfolger für Diego gab es drei Jahre später in dem Ice Age Film Die Abenteuer von Buckwild. Dies war ein Spin-Off zur Originalserie und dort hat Douglas Wellbart den Diego gesprochen. Ob er nun auch weiter den Diego in den Originalteilen spricht, weiß ich nicht. Ich werde das weiterhin verfolgen und mal sehen, wie sich das Ganze so entwickeln wird. Douglas Wellbart macht seine Arbeit aber wirklich super. Ja, es ist nicht der Originalsprecher und viele können und wollen die neuen Sprecher ihrer Lieblingscharaktere nicht akzeptieren. Aber ich kann nur sagen, gebt den Leuten eine Chance. Die Nachfolger probieren wirklich alle ihr Bestes. Ich habe damals auch ehrlicherweise viele Sprecher von Grund auf abgelehnt, weil das nicht die Stimmen waren, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber das ist der falsche Weg. Man sollte dankbar für die Arbeit jedes Einzelnen sein, denn sie versuchen wirklich nur ihr Allerbestes. Wenn es einem nicht gefällt, ist es vollkommen in Ordnung, aber hatet nicht rum, denn das hat keiner verdient. Und sowieso, diese ganzen Momente mit den Sprechern haben wir alle immer noch auf ehe Wege in unserem Herzen, an denen wir festhalten können. Und diese Momente kann uns keiner wegnehmen.